Liebe Bachianer aus aller Welt, die Spannung steigt mit jeden Tag, rückt das Bachfest näher. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, denn ich weiß, im Bachfest werden Bachchöre aus aller Welt in 16 Konzerten den kompletten Choralkantatenjahrgang von Bach aufführen. Der lädt zum Mitsingen ein, Bach hat berühmte Kirchenlieder in Kantaten verwandelt. Ihr alle könnt insofern dabei sein, dass ihr nicht nur zuhört, sondern auch die Schlusschorrele mitsingt. Mit einstimmt hier in der Thomaskirche oder in der Nikolai-Kirche. Seid dabei im Juni beim Bachfest. Ich freue mich auf euch alle. Untertitelung des ZDF, 2020